Wie fange ich ein Video an, das mit dem Titel Ende eigentlich schon alles sagt? Ich freue mich, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt, denn dieses wird vermutlich erst mal mein letztes Video sein, das ihr hier seht. Zumindest aktuellstes Video, das ihr hier seht. Ich habe mich dazu entschlossen, kein hoffentlich ganz so blödes, oh Gott nein, ich höre jetzt auch, Video zu drehen und rumzuhauen wie jeder andere, der das tut und der einfach einmal verkündet, dass er aufhört. Ich habe mir vorgenommen, das nicht zu tun und blablub zu versprechen, dass ich irgendwas anderes tue oder dergleichen. Ich habe auch keine wundertolle Ausrede und sage, ich mache eine bestimmte Auszeit und, keine Ahnung, laufe den Jakobsweg, mache sonst irgendetwas. Nein, ich möchte einfach nur mitteilen, ich habe für mich viel festgestellt und für diejenigen, für die das schon reicht, die jetzt schon einfach wissen, okay, es ist anscheinend zu Ende. Für diejenigen sei nur gesagt, eine wunderschöne Adventszeit euch, habt ein besinnliches, ruhiges Weihnachten. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten ein bisschen Dankbarkeit, Achtsamkeit, wäre nicht verkehrt in dieser Welt, Frieden für euch und eure Liebsten und natürlich ein ganz, ganz tolles Jahr 2019 wünsche ich euch. Für alle anderen, die dürfen kurz dranbleiben, ich resümiere ein bisschen über die Zeit, meine Zeit hier bei YouTube, meine Zeit hier mit euch, meine Zeit im letzten vergangenen Jahr. Also, für all diejenigen, die ist doch ein bisschen interessiert, die dran geblieben sind, dranbleiben möchten, für all diejenigen sei kurz gesagt, für mich war 2017 ein, ja, ein Jahr der großen Veränderungen. Es hat sich persönlich, privat viel getan, auch aus gesundheitlicher Sicht, ich sage mal eher zu Beginn des Jahres 2017 zum Besseren gewandelt. Dann hat sich viel, wie gesagt, im Privaten getan. Ich habe mich ein Stück weit von manchen Menschen gelöst und diese losgelassen und, ja, ganz wohl dabei gefühlt. Habe dann allerdings Ende letzten Jahres gesundheitlich wieder ein Stück weit einen draufgekriegt. Diejenigen, die es interessiert, die haben vermutlich auch schon ein bisschen mitgekriegt, dass es mit meiner Schilddritte zusammenhängt. Ich habe da auch Bücher dazu vorgestellt. Es tut mir sehr leid an dieser Stelle, dass ich nichts weiter dazu berichten kann, zumindest zu den Büchern, die ich noch hier habe, denn die sind alle noch ungelesen. Allerdings kann ich sagen, in meinem persönlichen Fall ist es so, dass ich im Moment keine Medikamente brauche, sehr froh und glücklich darüber bin. Ich führe Selen zu und habe damit jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Mein Selenwert ist auch super, den habe ich zwischendurch öfter mal checken lassen. Und genau, ja, und meine zusätzlich vegane Ernährung schadet dem auch überhaupt nicht. Zudem achte ich darauf, kein Soja zu mir zu nehmen oder nur ganz wenig. Und ich gucke auch darauf, nicht zu viel Gluten zu mir zu nehmen. Genau, das sei einmal kurz dazu gesagt, für diejenigen, die es aus gesundheitlicher Sicht interessiert. Ich bin also in der Hinsicht ganz glücklich und zufrieden. Das andere ist, ich habe Anfang des Jahres, da konntet ihr mich auch ein bisschen mitverfolgen. Ihr habt das vielleicht in den Blogs gesehen, Wellness mit mir in Bad Füssing. Ich habe das unglaublich genossen. Ich habe die Zeit für mich gebraucht. Ich habe kurz vorher ein Fotoshooting gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich davon berichtet habe. Ich habe wundervolle Fotos gemacht, wie ich finde. Ich finde sie auch immer noch sehr schön und ich freue mich immer noch darüber und kann gar nicht glauben, dass es schon fast ein ganzes Jahr her ist. Es war eine wahnsinnig aufreibende Zeit. Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr und jetzt ist irgendwie schon fast wieder ein Jahr rum. Und genau in dieser Zeit hat sich auch meine Arbeitsstelle verändert. Und ich habe viel mehr auf mich geachtet, habe Yoga gemacht, habe meditiert, habe da viel für mich getan und mich wohlgefühlt mit mir. Und dann stand da plötzlich jemand vor mir und hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Dieser jemand ist auch derjenige, mit dem ich jetzt mittlerweile weggezogen bin aus meiner alten Heimat. Das heißt, ich habe vorher in der Nähe von Nürnberg gewohnt. Jetzt wohne ich in der Nähe von München. Das ist aus beruflichen Gründen meines Freundes so. Und ich muss sagen, auch wenn das jetzt noch gar nicht so arg lang ist, trotzdem fühle ich mich hier schon sehr wohl. Und ja, wir haben hier einen ganz guten Start hingelegt, würde ich behaupten. Dazu nur ganz, ganz kurz, weil jetzt schon wieder fünf Minuten rum sind. Ich möchte nur ganz kurz sagen, also wirklich, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich kann nicht sagen, ich habe eine tolle Arbeitsstelle mit super tollen Kollegen, tolle Patienten, gar kein Thema, gar keine Frage. Aber ich merke eben auch, dass ich mich und sich vieles um mich herum verendet hat. Und das führt auch dazu, dass ich jetzt eben hier sage, okay, jetzt ziehe ich einen Schlussstrich. Ich habe, nur um einen ganz kurzen Bogen zu schlagen, ich habe, wenn mich nicht alles täuscht, 2015 mit dem Filmen hier auf YouTube begonnen. Und habe das meines Wissens begonnen, als ich mit dem Buchhandel aufgehört habe. Also eigentlich ein bisschen verquer ist, hätte ja sein können, dass ich genau dann anfange, wenn ich auch im Buchhandel bin. Nein, danach hatte ich erst die Zeitung, die Ruhe und die Möglichkeit, das zu machen und über Bücher zu schwärmen und zu sprechen. Und hatte wieder Lust zu lesen. Und seitdem habe ich mich doch ziemlich stark verändert. Es hat sich viel getan in der Zeit. Das alles führt ein Stück weit dazu, dass ich mich verändert habe und dass ich gemerkt habe, ich habe nur noch an den Vlogs Spaß. Sowohl beim Schauen bei anderen Menschen, als auch bei mir selber, beim Drehen und Schneiden und Wiederanschauen. Ich kann mich eigentlich nicht so gerne sehen. Also ein bisschen verquer, wenn ich meine Videos schneide, muss ich mich ja anschauen. Allerdings habe ich nicht so richtig Lust, mir ständig dabei zu gucken, wie ich so aussehe und wie ich in die Kamera rede. Dementsprechend gucke ich meine Videos jetzt nicht die ganze Zeit und bin völlig narzisstisch veranlagt und egoistisch. Sondern es geht darum, dass ich einfach die Art und Weise, weil ich das gern mag mit verschiedenen Perspektiven filmen und zusammenschneiden und Ton dazu und so weiter. Das mag ich sehr gern. Allerdings, ja, habe ich festgestellt, ich habe da nicht mehr die Zeit dazu und es erfüllt mich nicht so sehr, dass ich das regelmäßig machen würde. Das heißt, ich werde eventuell schon noch Videos hochladen. Ich verspreche aber nichts und ich glaube im Moment nicht daran, dass es so bald sein wird. Also dieses Jahr denke ich gar nicht daran. Und falls wir hier kommen, ihr könnt sie euch gerne anschauen. Es werden eher Vlogs kommen, denke ich. Aber auch das weiß ich noch nicht so genau, ob ich das noch möchte. Und wie gesagt, auch die Zeit dafür habe und investieren möchte. Es geht auch darum, dass ich natürlich immer noch gerne Bücher lese, aber ich muss sie nicht mehr präsentieren. Denn ich habe da das Gefühl, ich setze mich langsam trotzdem unter Druck und ich müsste was abliefern und ich müsste bestimmte Dinge tun. Und das will ich alles nicht. Und dieser Druck und diese Standardformate gefallen mir einfach nicht mehr mittlerweile leider. Und deswegen wird das alles nicht mehr der Fall. Was kann ich sonst noch sagen? Ich kann noch ganz kurz sagen, was ich aktuell lese. Vielleicht interessiert es trotzdem noch jemanden zum Schluss. Und zwar, alte Bekannte, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes von J.K. Rowling. Das ist der letzte Teil von Harry Potter und ich denke, ich muss nichts mehr dazu sagen. Abschließender Teil der Heptalogie. Ich habe jetzt auch vor kurzem mit meinem Freund zusammen alle Teile angeschaut. Auf Blu-ray und ja, ich war wieder fasziniert, was alles im sechsten und siebten Teil passiert. Das sind die Teile, die ich irgendwie am wenigsten gut kenne. Und den siebten sowieso und bin jetzt mal wieder überrascht, was so passiert. Allerdings, manche Dinge weiß ich schon noch, dass sie vom Film und Buch abweigen und so. Oder kann man hier Frage klären, die dann auftaucht, weil mein Freund nur die Filme kennt und nicht die Bücher. Genau, da bin ich ja schon relativ weit für diejenigen, denen es was sagt. Und einer der allerliebsten Charaktere, finde ich, und süßen Charaktere ist gestorben. Ich hoffe, ich spoil jetzt niemanden, aber ich denke nicht. Die meisten werden wissen, wen ich meine. Und ja, da lese ich dann so in den nächsten Tagen, Wochen weiter und werde das, denke ich, schon noch in diesem Jahr beenden. Und was so ein bisschen auch zum Thema dieses Videos und meiner momentanen Situation passt, ist, kann man mal machen. Fand mir relativ egal. Ich mag Mirella total gern. Ich gucke ihre Videos super, super gern, denn sie ist Veganerin. Sie hat Tiere. Sie hat total lustige Ideen. Sie kann singen. Faszinierend einfach, was sie alles macht und schafft und auf die Beine stellt. Und wie gesagt, das Motto passt jetzt gerade im Moment super gut. Kann man machen, nämlich Ende und Schluss und Aus. Und das werde ich jetzt auch. Und ich hoffe, ihr seid nicht so traurig, denn irgendwie gehört das so und irgendwie soll das so sein. Und es hat sich einfach in meinem Leben einiges geändert. Ich lasse manche Dinge los und das darf, das darf, muss, soll so sein. Deswegen, ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich hoffe, dass euer 2018 mindestens genauso schön war wie meins. Ohne noch schöner. Oder euer 2019 richtig, richtig toll wird. Glaubt an das Gute. Probiert mal Meditieren aus. Und... Ja. Tschüss.